Guten Morgen meine liebe Studierenden, herzlich willkommen im Seminar Morphologie. Sie müssen wissen, Morphologie zählt jetzt nicht unbedingt zu meinen besonderen Steckenpferden. Nichtsdestotrotz versuche ich in diesem Seminar mit Ihnen ein Thema, das auf den ersten Blick als Teilgebiet der Grammatik sehr trocken zu erscheinen mag und vor allen Dingen wissenschaftsgeschichtlich eher im Strukturalismus zu verorten ist, so aufzubereiten, dass ich mit Ihnen tagesaktuelle Themen wie zum Beispiel geschlechtergerechte Sprache oder auch moderne Formen der Wortbildung, siehe Hashtag-Bildung auf Instagram und so weiter und so fort, in diesem Seminar integrieren will. Nichtsdestotrotz muss ich im ersten Teil des Seminars die Wissensbasis herstellen, auf der wir gemeinsam diskutieren können. Dazu zählt heute eine Morphologie und eine mehr oder weniger die Übersicht über die Morphologie, die morphologischen Grundlagen, die Sie möglicherweise auch in diesem Sinne schon in der Einführung dargeboten bekommen haben und aus den verschiedenen Einführungen in die Linguistik kennen dürften, die Sie gelesen haben. Ich würde nach diesem ersten Einstieg, also nach diesem Überblick über das Thema, Übersicht über die verschiedenen morphologischen Grundbegriffe, heute gerne Ihnen ein Beispiel vorstellen, mit dem ich mich aktuell beschäftigt habe, nämlich dem Phänomen der Negation und ich würde Ihnen vorschlagen, dass wir immer eine Einführung machen, dann auch die Grundlagen der Morphologie problematisieren und einen aktuellen Anwendungsbezug zeigen, sodass wir diese Aspekte zusammen haben und die morphologischen Fragen nicht im luftleeren Raum stehen lassen, im Hinblick darauf, dass wir einfach Wortmaterial, das uns tagsüber begegnet, dann segmentieren und klassifizieren. Also möglicherweise gefällt Ihnen dieser Zugang und finden Sie Geschmack daran, dass wir uns ein wenig praktischer mit dem Gegenstand auseinandersetzen. Zunächst erst einmal, was bedeutet Morphologie? Morphologie, dafür hilft ein Blick in ein Wörterbuch oder wie hier in eine populärwissenschaftliche Enzyklopädie, wie es die Wikipedia ist. Also wir haben zum einen, wird der Begriff der Morphologie in der Biologie verwendet, dann in der Linguistik und in der Sportwissenschaft. Und wenn Sie sich alle drei Begriffe genauer anschauen, Begriffsdefinitionen oder diese Kurzbeschreibungen, werden Sie feststellen, es handelt sich im Wesentlichen um die Lehre von der Form von etwas. Also im Wesentlichen geht es immer um Strukturbeschreibungen, entweder von Organismen oder von sprachlichen Einheiten oder eben von Bewegungsabläufen, die Sie in der Sportwissenschaft analysieren können. Und das ist der Kern im Wesentlichen der Morphologie. Es ist also eine bestimmte Perspektive auf sprachliche Einheiten, die nur einen Teilaspekt in den Blick nimmt, nämlich ihre Struktur. Morphologie ist also die Lehre von den Wortformen und wir beschreiben morphologische Elemente im Sprachsystem und mit diesem Sprachsystembegriff dürfte schon ein Name im Hinterkopf auftauchen, das ist nämlich der von Ferdinand de Soussure, in dem es darum geht, Elemente in einen systemischen Zusammenhang zu stellen und so zu ordnen, dass er idealerweise das ganze Sprachsystem in seiner Logik abbildet. Wenn wir also an anderer Stelle von Sprache als Rechenmodell reden oder von Sprache als Netzwerk, dann können Sie sich bei Ferdinand de Soussure so etwas vorstellen wie die Sprache als Apothekerschrank. Ja, also das heißt, dort werden sprachliche Elemente einsortiert, man beschreibt sie nach ihrer Form, dann zieht man eine Schublade auf, packt sie rein, schiebt sie zu und es geht dabei nicht zwangsläufig, dass eines dieser Fächer leer bleibt. Ja, sondern Sie müssen immer nehmen, das Interessante ist in diesem Apothekerschrank-Modell, dass Sie in diesem Sprachsystem auch Schubläden haben, die zwar systemisch befüllt sein müssten, für die aber die Sprache keine Einheit ausgebildet hat oder nicht mehr ausgebildet hat und dann bleibt diese Schublade leer und diese Schublade müssen Sie aber gleichzeitig benennen, ja, also weil sie sonst systemisch im Ganzen fehlen würde. Das schauen wir uns aber später an. Das Stichwort ist hier, sind die Nullalumorfe. Gut, also dann der Name Ferdinand de Soussure ist schon gefallen. Wir reden mit ihm über die Formen strukturalistischer Sprachbeschreibungen am Ende des langen 19. Jahrhunderts und die Morphologie ist ein Teil der grammatischen und strukturalistischen Beschreibungen von Sprache. Warum greife ich so weit zurück? Ja, hätte man de Soussure jetzt nicht hier rauslassen können aus der Übersicht? Nein, kann man leider nicht. Denn zwei zentrale Operationen sind mit der strukturalistischen Sprachbeschreibung sehr eng verbunden, nämlich die des Segmentierens und Klassifizierens. Das sind zwei basale linguistische Operationen, die, wenn wir uns auf Form- und Strukturbeschreibungen einlassen, zentral sind. Deswegen setzen Sie sich bitte da immer dort ein, wo es irgendwo geht und nehmen Sie immer das Bild des Apothekerschrankes mit. Die Segmentierung läuft darauf hinaus, dass wir sprachliche Einheiten in erkennbare einzelne Elemente, also Segmente zerlegen und danach klassifizieren. Das heißt, wir ordnen sie nach Ihren Merkmalen Gruppen zu Mengen oder Kategorien und sortieren sie wie in diesem Apothekerschrank eben bestimmten Schubladen zu. Jetzt an diesem systemischen Beispiel erkennt man auch schon das Problem des Ganzen. Es gibt halt dummerweise Einheiten, die sich nicht einer Schublade zuordnen lassen, sondern die möglicherweise zwei Schubladen zugehören und es gibt, das habe ich vorhin schon gesagt, auch Schubladen, die ab und zu mal leider leer bleiben. Ja, wie funktioniert das? Also damit sprachliche Einheiten systematisch geordnet werden können, müssen sie zunächst segmentiert und klassifiziert sein oder segmentierbar. Also ich muss sie überhaupt zerlegen können und ich muss sie überhaupt klassifizieren können. Und das Ganze hier durchgespielt an einem Beispiel von Minimalpaaren, die man bildet, um die Grenzen sprachlicher Einheiten zu erkennen, also die Segmente besser zu erkennen. Also Unerklärlichkeit versus Unerklärlich. Unerklärlich versus Erklärlich. Erklärlich ist jetzt kein sonderlich gutes Wort, aber die meisten von Ihnen würden hier sagen erklärbar. In der nächsten Zeile habe ich das dann deswegen auch markiert. Also Erklärlich erklären, erklären, klären, klären, klar. Das sind Minimalpaare, die Sie bilden können und daraus können Sie unterschiedliche morphologische Elemente ableiten. Nämlich zum Beispiel Kite als ein bestimmtes Element Un ist sehr deutlich erkennbar. Lich eher eine Umlautbildung und die Endung En. Und diese morphologischen Elemente erfüllen eine spezifische Funktion. Nämlich im ersten Fall bei Unerklärlichkeit ist das Substantivierung. Da haben wir Negationsphänomene, können Adjektive bilden, wir können Präfixe an Verben anhängen. Das ist im Übrigen ein sehr spannendes Thema, ein sehr spannendes morphologisches Thema. Ja, erkläre ich Ihnen aber, wenn Sie wollen, weil wir gerade bei Erklären sind, im Seminar selbst. Also merken Sie es schon mal, Präfixbildung ist eines der Themen, die wir uns genauer anschauen sollten. Vor allen Dingen im Hinblick auf die zusammengesetzten Verben. Schlussendlich können wir lexikalische Morpheme unterscheiden. Das sind die, die dann selbst bedeutungstragend sind. Klar wäre so ein Fall. Und dann haben wir Infinitivendungen und Umlautsbildungen. Ja, wenn wir davon ausgehen, dass bei klar war, das ist jetzt eben sichtbar, Morpheme die kleinsten bedeutungstragenden Elemente des Sprachsystems sind. Es gibt die Bedeutungstragenden, das sind die Phoneme und die Bedeutungstragenden sind die Morpheme des Sprachsystems sind. Dann können wir auch uns zum Beispiel am synthetischen und analytischen Sprachbau klar machen, was das schlussendlich bedeutet. Diese synthetisch gebaute Sprachen sind hinsichtlich ihrer lexikalischen Entitäten und der an sie angehängten Flektionsmorpheme zum Beispiel hier, also für die Konjugation Mutabor, das ist der Zauerspruch im Kalif Storch. Das ist die erste Person Singular Futur 1, indikativ passiv, die Sie erkennen an den einzelnen Elementen, die für sich genommen bedeutungstragend sind, aber keine lexikalische, sondern grammatische Bedeutung tragen. Und daneben haben wir den analytischen Sprachbau, wie im Deutschen, ich werde gewechselt werden, ungleich komplexer ist und nicht mehr auf der Basis einer Segmentierung einer Worteinheit erschlossen werden kann. Grundsätzlich unterscheidet man nach ihrer Funktion drei Morphemklassen, die durch lexikalisch begriffliche Bedeutung gekennzeichnet sind und auf diese Weise ausdrucks- und inhaltsseitige Kerne von Wörtern bilden. Diese bezeichnet man als Basismorpheme, abgekürzt BM, zum Beispiel wäre das schön in Schönheit oder klar in Klären, die einen bestimmten Stamm lexikalisch in eine lexikalisch begriffliche Bedeutung haben. Daneben unterscheidet man Morpheme, mit deren Hilfe man neue Wörter bilden kann. Das sind Wortbildungsmorpheme, zum Beispiel Kite, das haben wir in der vorangehenden Übersicht gesehen. Sie treten immer nur gemeinsam mit Basismorphemen auf oder Morphemkonstruktionen und sind selbst keine Wörter. Also zumindest sind sie keine Wörter mehr. Sprachhistorisch kann das durchaus anders aussehen. Wortbildungsmorpheme werden gerne auch Affixe genannt, wobei man zwischen Präfixen, also die vorn stehen, also mit denen man eine Einheit präfigieren kann und Suffixen, die rechts vom Basismorpheme stehen, wie Ling in Flüchtling oder Schreiberling oder rechts vom Basismorpheme stehen können. Und die Wortbildungsmorpheme haben zwar für sich genommen keine lexikalische Bedeutung, aber sie haben eine strukturelle Bedeutung, die allgemein für die Klasse ist. Also sie können mit dem Wortbildungsmorphem Ling eine Gruppe von Begriffen bilden, also serienbildend, reihenbildend. Und damit bezeichnen sie in der Regel, mit Ling bezeichnen sie in der Regel eine Person und man sagt diesem Wortbildungsmorphem Ling zu, dass es allgemein eher einen prärogativen Nebensinn hat, also allgemein abwertend ist. Schlussendlich, und das sehen Sie hier an diesem synthetischen Sprachbau am Beispiel des Lateinischens, haben wir eine ganze Reihe von Flektionsmorphemen, die nur in Verbindung mit Basismorphemen auftreten können und es werden dabei keine neuen Wörter erzeugt, wie bei Wortbildungsmorphemen, sondern neue Wortformen. Also das heißt, hier haben wir zum Beispiel die Erstperson Singular Footro 1 Indikativ und damit flektieren spezifische Wortarten im Deutschen und das dient auch wiederum einer Differenzierung des Wortartenbegriffs. Diese Flektionsmorpheme haben eine allgemeine grammatische Bedeutung. Ähnlich wie die Wortbildungsmorpheme, die eine strukturelle Klassenbedeutung haben, ist es so, dass die Flektionsmorpheme ebenfalls sich systematisieren lassen und dann eine allgemeine grammatische Bedeutung haben, zum Beispiel wenn man über die Art und Weisen der Pluralbildung spricht, dazu kommen wir noch. Interessant wird es jetzt hier mit dem Rückgriff auf das Systemische. Es gibt nämlich auch die sogenannten Nullformenmorpheme. Das sind ausdrucksseitiges Nicht-Vorhandensein von Flektionsmorphemen. Das heißt, das ist genau die leere Schublade im Apothekerschrank. Wenn zum Beispiel ein Plural gebildet wird, ohne ausdrucksseitig erkennbares Flektionsmorphem, dann würde man ein Nullformenmorphem annehmen müssen, weil man das Ganze in einem systematischen Zusammenhang denkt. Ja, aber also wichtig, Basismorpheme, Wortbildungsmorpheme und Flektionsmorpheme. Genau, schauen wir nochmal eben genau auf diese Übersicht. Hier haben wir genau dies nochmal abgebildet, als wir unterscheiden zwischen Wortbildungsmorphemen. Das wären Kite und Un, also das heißt, da hätten wir ein neues Adjektiv gebildet. Auch Leech ist ein Suffix, mit dem man Adjektive bilden kann. Wir haben Wortbildungsmorpheme mit Präfigierung, also das wäre hier die Affigierung mit Präfix und Suffix. Und hier ein Beispiel für ein Wortbildungsmorphem, das heißt, hier wurde aus einem Adjektiv ein Verb gebildet. Das sollte eigentlich klar sein. Neben Morphemen werden Morphe und Alomorphe unterschieden. Und das zeige ich Ihnen jetzt hier einmal an dem Beispiel. Also Sie sehen in der linken Spalte bilden wir erst einmal Minimalpaar, Tische, Tisch, Banken, Bank, Banken, Bank und Bänke. Und können jetzt hier entsprechende Morphe unterscheiden und aus diesem konkreten Material, ja, also Morphe bilden. Und diese wiederum sind, wenn sie nicht systemisch betrachtet werden, haben wir hier die Morphe, die an diese Basismorpheme angehängt sind, nämlich E, E, N und Umlaut E. Diese Morphe wiederum signalisieren so etwas wie Plural, dieses auch und dieses auch und können dann Minimalpaar daraus bilden. Nämlich einmal haben wir Tisch, Bank, Bank und die Umlautbildung, die dann wiederum für den Plural steht, während für alle anderen ich lexikalische Bedeutung angeben kann. Das Ganze können Sie auch mit ganz, mit vielen verschiedenen Nomina durchdeklinieren. Wir haben hier die unterschiedlichsten Formen der Pluralbildung, die man Schaf-Schafe, Bett-Betten, Katze-Katzen, Kind-Kinder, Auto-Autos und so weiter und so fort. Und wir haben hier an dieser Stelle, wenn man das so will, ja, die Klammer, wir haben die Umlautung und vor allem des Null-Alumorphs und das Ganze, das kommt noch dazu. Das heißt, deswegen ist das hier in Klammern gesetzt, ja, also das sind Spezialfälle, weil wir dann eine Pluralbildung hier oben haben, E und ER. Und dazu aber noch die Umlautbildung kommt. Und Sie sehen, dass alle diese Varianten, also alles das, was Sie hier auf dieser Folie sehen, Alomorphe als Varianten des Pluralmorphems sind. Und das sind unterschiedliche Realisierungsgrade, also das sind Varianten. Alomorphe sind Varianten eines Morphems. Also die haben dieselbe grammatische Bedeutung, aber sind strukturell oder formal anders dargestellt. Und ich gehe nochmal zurück, ob dem so ist, ja, also das heißt, wir haben Sprachhistorische, entwickeln sich halt Pluralformen auf spezifische Art und Weise. Und jetzt ist es das eine zu sagen, ja, wir haben halt irgendwie, wir haben einen Stamm und da hängen wir irgendwas hinten an. Aber das sind 750 unterschiedliche Varianten und die haben alle dieselbe strukturelle Bedeutung. Würde man heute aus der Perspektive einer kognitiven oder Konstruktionsgrammatik ein wenig anders sehen. Also da wäre man nicht so schnell bei der Sache zu sagen, wir machen mal die Schublade auf, des Apothekerschranks und alles, was an unserem Nomina hinten dranhängt, betrachten wir mal als Pluraländerung. Was nämlich sich beobachten lässt und das Ganze sieht auch die strukturalistische Sprachbeschreibung schon, ist, dass der Freiheitsgrad und die Bedeutungsqualität von Morphem sich nicht in die Werte 1 und 0 zerlegen lässt, sondern dass diese graduell ist. Deswegen haben Sie hier diese Kreuzmatrix, lexikalisch, grammatisch, das hatten wir schon, diese Unterscheidung, Differenzierung nach der Bedeutung, und ob Sie frei oder gebunden auftreten können. Freilexikalisch sind in der Regel alle Lexeme, also alle Worteinheiten, die eine eigenständige lexikalische Bedeutung haben. Dann gibt es seltenere, die sprachhistorisch sich auf dem Weg hin zu Präfix oder Suffix bewegen. Dann haben Sie bei grammatischen Strukturen einige, die etwas seltener sind, und andere, die wiederum häufiger sind. Das sind aber Sprachgebrauchs- und Frequenzphänomene, bei denen man jetzt heute sagen würde, ja, den Infinitiv mit zu, den gebrauchen Sie halt seltener. Und ob jetzt daraus eine Qualität für die Kategorisierung entsteht, das sei mal dahingestellt. Also, und wie sich das im Hinblick auf Freiheitsgrad und Bedeutungsqualität bezieht, daraus kann man jetzt auch nicht zwingend ein Argument machen. Ja, aber die Kreuzmatrix so, dass man das einmal so sortiert und ordnet. Darüber hinaus, interessant, sprachhistorisch gibt es unikale Morpheme, die selbst nicht reinbildend sind und nur in einer Reihe nachweisbar sind, wie Schornstein, deren Bedeutung verblasst ist, also die wir sprachhistorisch nicht mehr kennen. Möglicherweise kommt es von so etwas wie Emporragen, aber geschenkt. Zentral, auch weiter für die Morphologie selbst, ist die Überlegung, dass Allomorphe und Morpheme in homonymer und synonymer Relationen zueinander stehen können, wobei sich hier die Begriffe des Gebrauchs der Homonymie und Synonymie nicht von anderen Wissenschaften unterscheiden. Also synonym sind Elemente, die unterschiedlichen Ausdruck haben, aber eine Bedeutung, zum Beispiel sind das die Allomorfer des Buchallmorphems, dabei hat man es gerade, oder Homonymie, dann, wenn Elemente desselben Ausdrucks unterschiedliche Bedeutungen haben. Das trifft vor allen Dingen, also das Morph-en als Wortbildungsmorphem wäre ja ein Beispiel für die Infinitivendung bringen, oder es wäre Infinitivendung, also Wortbildungsmorphem beim Verb, oder es wäre Flektionsmorphem, wenn man den Nominativ Plural bildet, also ein Allomorph des Pluralmorphems. Und schlussendlich haben Sie Homonymie bei zahlreichen Basismorphemen, um das jetzt mal hier nicht zu vergessen. Die typischen Beispiele sind Schloss, Pferd und so weiter und so fort. Sie kennen das. So, ein Beispiel, die morphologische Negation mit Un. Das haben Sie ganz am Anfang gesehen mit Unerklärlich und Unerklärlich. Das heißt, dass man in der Morphologie davon ausgeht, ja, das kann man einfach systematisch scheiden, das wird hier segmentiert, dann haben wir ein Präfix und ein Adjektiv, das hängen wir zusammen, dann haben wir ein neues Wort. Aber schlussendlich ist das Adjektiv nur negiert. Ich würde Ihnen heute ganz gern Belege vorstellen, die möglicherweise illustrieren, dass das nicht so ganz einfach ist. Ja, dass man sich, vor allem wenn man sich mit Sprache auseinandersetzt, dass es sich nicht so ganz einfach machen kann. Dem Ganzen liegt natürlich nachfolgend zu diese Syre strukturalistisch eine Vorstellung davon zugrunde, dass wir bestimmte sprachliche Einheiten einfach miteinander kombinieren können. Also das wäre das generative Grammatikverständnis. Wir können die einfach miteinander kombinieren, dann haben wir die Einheit hier, die Einheit hier regelkonform bilden wir sie und dann produzieren wir sie. Und das machen wir ad hoc, ohne dass wir auf einer normbasierten Grammatik. Die kognitive Grammatik oder kognitive Linguistik allerdings geht davon aus, naja, ganz so einfach ist das nicht. Wir müssen die Bedeutung aus dem Gebrauch ableiten und die Bedeutung von sprachlichen Einheiten entsteht überhaupt erst aus dem Gebrauch und auch erst die Strukturen entstehen aus dem Gebrauch, und zwar die Strukturen ihres Sprachwissens. Es ist also mitnichten so, und das unterscheidet de Sousia durchaus zwischen Lange und Parole, also das heißt zum einen der Fähigkeit, der Kompetenz des Sprechers, bestimmte sprachliche Strukturen so zu ordnen, zu kategorisieren, das ist das Sprachwissen. Und dann haben wir die Fertigkeit, also es wäre die Fähigkeit, dann haben wir die Fertigkeit, daraus adäquat sprachliche Konstrukte zu bilden, also Lange und Parole, der systemische Bezug und der Sprachgebrauch. Und wenn man sich den Sprachgebrauch tatsächlich anschaut und darauf konzentriert, dann beobachtet man, dass die Strukturen des Sprachwissens, dass man nicht mehr als systemisch betrachtet, aus dem Gebrauch selbst erwachsen, und das für den einen oder den anderen überhaupt nicht klar ist, warum unerklärlich ein regelkonformes Wort aus zwei Einheiten sein soll, das dann ad hoc gebildet wird. Das wäre der Ansatz der generativen Grammatik. Und de Sousur hat dieses Verständnis meiner Auffassung nach nicht, sondern da geht es im Wesentlichen nur darum, um einen Beschreibungsansatz zu finden, der die Segmentierung von sprachlichen Elementen klar macht, aber nicht darum zu zeigen, wie das Ganze regelkonform gebaut ist. Also er hat durchaus ein Verständnis von Sprachsystem und Sprachgebrauch. Nur wird in der kognitiven Grammatik, kognitiven Linguistik, das Sprachgebrauch etwas höher bewertet. So, ein Beispiel. Dieses Fahrrad ist nicht unbrauchbar. Das wäre eine doppelte Verneinung, wie Sie das schulgrammatisch gelernt haben. Im Standarddeutschen würde das bedeuten, das Fahrrad ist brauchbar. In vielen Varietäten des Deutschen wäre diese Verdopplung von Verneinungsmarkern eher eine Verstärkung. Also im süddeutschen Raum, also im bayerischen, allemannischen, können Sie damit, vor allen Dingen im bayerischen, können Sie damit eine Verstärkung ausdrücken. Also er hat niemals nicht geraucht. Also er hat noch niemals, niemals nie nicht geraucht. Er hat noch niemals nicht keine Zigarette geraucht, wäre dann im Sinne von der, im Himmels Willen, er hat noch nie, niemals, wirklich nie, überhaupt geraucht. Ein Artikel dazu zeige ich Ihnen, wenn Sie Interesse haben, können Sie den gerne lesen. Der ist gerade erst erschienen. Mir kommt es aber im Wesentlichen auf zwei Dinge an, nämlich können wir die morphologischen, Negation mit Un. Es handelt sich dabei um kompositorische Einheiten und eine proklitisch angeschlossene Negationspartikel wie im Mittelhochdeutschen. Also haben wir hier eine Präfigierung. Oder werden mit Un serienmäßig Lexikon-Einheiten gebaut, die einen eigenen Konstruktionsstatus haben. Also das geht eher in die Richtung zunächst Ling, aber die eigene Bedeutung wäre dann die, dass man das unerklärlich und erklärlich eben nicht sich nur dadurch unterscheiden, dass das eine das andere negiert, sondern es hat auch andere Gebrauchszusammenhänge. Und das würde ich Ihnen ganz gerne bei Unbrauchbar jetzt einmal zeigen, wie sich das darstellt. Ja, also brauchbar versus unbrauchbar. Auf der einen Seite hätten wir so eine kompositorische Lesart, also es wird einfach ein Negationspartikel angehängt. Das würde zur Konsequenz haben, dass es keine Differenzen im Gebrauch gibt, also keine Kollokationsdifferenzen. Kollokationsdifferenzen sind Assoziationsmaße, die anzeigen, wie eng, unbrauchbar oder brauchbar mit anderen Wörtern im Sprachgebrauch gemeinsam auftaucht. Wenn das so wäre, also wenn es keine Kollokationsdifferenzen gibt, dann haben wir einen Hinweis darauf, dass es sich hier um eine formale Verneinung handelt. Also genau so, also wir haben Un und wir haben ein Adjektiv, wir setzen es zusammen und dann setzen wir es regelkonform ein. Die Vermutung liegt aber nicht so weit weg, dass man sagen könnte, ja, es könnte auch konstruktional sein. Das heißt, es bildet eine eigene Einheit und es können deutliche Kollokationsdifferenzen beschrieben werden. Also ich kann brauchbar und unbrauchbar nicht im selben Kontext verwenden. Damit will ich jetzt Sie im Seminar Morphologie an dieser Stelle noch gar nicht so sehr beschäftigen. Das ist eine Kollokationsübersicht aus dem digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache zu brauchbar und unbrauchbar. Und Sie sehen, hier sind gerankt nach der Stärke des gemeinsamen Auftretens unterschiedliche Wörter, die häufig im Umfeld von brauchbar auftreten. Also brauchbar und tüchtig ist halbwegs brauchbar. Das ist ein brauchbarer Begriff. Das ist eine brauchbare Alternative oder ein brauchbarer Ersatz. Also wenn Sie die Beispiele hören, dieser Zusammenhänge, dann haben Sie schon so ein Gefühl, wie brauchbar eingesetzt wird. Und wenn wir einen formalen Zusammenzug hätten zwischen un und dem Adjektiv brauchbar, dann müssten diese Kollokationsumfelder bei unbrauchbar genauso aussehen. Das tun Sie aber nicht. Also wir haben natürlich so etwas wie brauchbar, brauchbar, weil es unbrauchbar, brauchbar sehr eng zusammensteht. Das ist keine Frage, ist aber nicht so interessant. Interessant wird das hier. Möbel, Sperrmüll, unbrauchbare Proben, Geräte, Waffen und Begriffe. Begriffe ist tatsächlich derjenige, also wir haben brauchbare und unbrauchbare Begriffe, wo wir ein gemeinsames Auftreten haben, allerdings mit einer leichten Tendenz, Sie sehen das hier, gibt es eine leichte Tendenz zu brauchbar. Es sind brauchbare Begriffe und da ist zu vermuten, wenn negiert wird, dass man dann zum Beispiel sagt, es ist ein nicht brauchbarer Begriff. Also es ist mitnichten so, dass unbrauchbar die einfache Negation von brauchbar wäre, denn wenn es so wäre, würde man hier auch Belege für nicht brauchbar aufgeführt haben und dann sehen die Kollektionsmaße ganz identisch aus. Tun sie aber nicht. Auch die Verteilung, das will ich Ihnen mal ganz kurz zeigen, folgt nicht so ganz einer klaren Kurve. Nur, Sie sehen, es gibt eine leichte, wenn man sich das 20. Jahrhundert ein bisschen anschaut, es gibt eine leichte abfallende Tendenz für unbrauchbar, aber das heißt, hier kommt brauchbar so ein bisschen hoch. Allerdings haben wir eine sehr starke Konjunktur für unbrauchbar, gerade ab den 1990ern. Interessantes Phänomen, habe ich nicht weiter verfolgt, könnte man im Seminar aber machen. Also wie verschieben sich solche Gebrauchsverläufe und Gebrauchstendenzen für bestimmte Wortbildungs-, für bestimmte Wörter, die mit Präfix gebildet sind, hier im Sinne des Negationspartikel-Un. So, typische Beispiele. Das habe ich Ihnen mal gezeigt. Also was kommt vor allen Dingen besonders häufig mit brauchbar vor? Also wir haben hier zum Beispiel eine Negation mit nicht mehr brauchbar. Die sind nicht mehr brauchbar, sind nicht mehr brauchbar vorstellbar. Die nicht mehr brauchbare Vorstellung, das heißt, die ist lemmatisiert, auf die Normalform zurückführt. Und ein ganz spezifisches Muster, etwas ist nicht mehr brauchbar. Bei unbrauchbar sieht das anders aus. Hier sind ganz typische Zusammenhänge in den Kobra zwischen unbrauchbar und machen. Also jemand macht etwas unbrauchbar. Und wenn man das Ganze dann zusammenhängt und das an das vorangehende Beispiel anschließt, dann wäre ein prototypisches Beispiel für brauchbar. Das Fahrrad ist nicht mehr brauchbar. Während für unbrauchbar ein prototypisches Beispiel wäre, er hat das Fahrrad unbrauchbar gemacht. Wenn Sie intuitiv auf Ihren eigenen Sprachgebrauch hören, können Sie das vielleicht bestätigen, das würde mich interessieren, können wir gleich in der Diskussion erläutern. Und damit würde ich heute diese erste Übersicht abschließen und mit Ihnen jetzt gemeinsam in die Diskussion gehen. Den einen oder die andere sehe ich jetzt gleich in der Konferenz. Da freue ich mich schon sehr drauf. und alle anderen dann in der nächsten Woche. Und bis dahin bin ich ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch. Und um Open Educational Resources ein wenig weiter nach vorne zu spülen, sehen Sie links zwei Videos. Ein Hinweis auf den Kanal. Wenn Sie wollen, schauen Sie noch ein Stück weiter. Abonnieren Sie den Kanal, liken Sie das Video, leuten oder drücken Sie die Glocke, damit Sie Benachrichtigungen bekommen, wenn ich neue Inhalte ins Netz stelle. Bis dahin bin ich hier Alexander Lasch und nun raus. Ciao.